Zugeschaltet ist mir nun aus dem israelischen Netanyah Joni Asher. Seine Frau, seine zwei Töchter und ihre Großmutter, allesamt deutsche Staatsangehörige, sind von den Hamas-Terroristen als Geiseln entführt worden. Herr Asher spricht nur Englisch. Wir werden das Gespräch in Englisch führen. Ich werde seine Äußerungen dann übersetzen. Aber erst mal, guten Tag Herr Asher, danke, dass Sie sich in diesen schweren Stunden die Zeit für uns nehmen. Thank you very much. We appreciate your time that you have taken us. How helpless are you? Hello, Mr. Adler, and thank you for having me. Well, it's a tough question to ask me, how am I? But the only words that you might understand with using words is that I'm standing on the gates of hell. Also Herr Asher hat es gesagt, er kann es gar nicht beschreiben, aber er sagte, um es auf Deutsch zu übersetzen, er steht an den Toren zur Hölle. Do you get any help from the Israel government or from the German government? We heard that you've talked to Foreign Minister Baerbock. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwelche Hilfe kriegt, entweder von der israelischen Regierung oder von der deutschen. Er hat ja auch mit Außenministerin Baerbock gesprochen. Ich stehe in Kontakt mit den Autoritäten der Israel und ich habe mit dem Foreign Minister, wie du erwähnt, von Deutschland. Und ich habe mich sehr beeindruckt mit ihr. Sie ist eine Mutter von zwei Dauern, auch. Und die Ambassador, Stefan Seybert, ich mit ihnen und sie sagte, dass wir alles tun können, um meine Familie zu lösen. Meine Wife, Dauern, meine zwei Dauern, Raz und Aviv, die du gesehen hast, in der Video, die gleiche waren, die gebeten. Und meine Mutter-in-Law, auch. Das sind drei Generationen, Grandmother, Mutter und Granddaughters, die sind alle Granddaughters von der Great-Grandmutter, die ist ein Holocaust survivor, die hat gerade bei 100 Jahre alt, ein paar Monate später. Und ich bin glücklich, dass sie in dieser Welt nicht gesehen haben, diese Seconde Holocaust. Und ich benutze meine Worte jetzt, aber ich habe keine Zeit. Ich werde in der Zeit für meine Familie gehen. Und ich weiß, dass die Deutschland-Gerven will do whatever sie kann. Und ich sage und ich beg, und ich zeige euch hier, jetzt meine Worte, eine German-Gerven-Passport. Sie ist eine German-Gerven-Gerven. Ich sage euch, Herr Kanzler, Sie sind ein Kanzler-Gerven. Deutschland ist ein Kanzler-Gerven-Gerven. Sie können es tun. Und ich sage euch, Sie denken, was wird passieren in deinem Land passieren. Es kann sein, dass es hier passiert ist. Israel ist ein Teil der Westen. Und wenn es passiert in Israel zu Europäern, dann kann es zu Europäern und German-Gerven passieren. Sie haben uns auf die Lande Europäer in der Zukunft, nicht so weit im Zukunft. So, Sie haben uns ein lange Zeit gegründet. Nun ist es der Zeit, zu stellen, 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 zu stellen. Herr Asche, vielen Dank, dass Sie uns Zeit genommen haben. Wir machen alles für Sie. Ich denke, die deutsche Regierung wird alles für Sie und Ihre Familie tun. Es war so beeindruckend, wie Sie gezeigt haben, Ihre Situation. und wir wünschen Ihnen alles Gute und wir bleiben nahe. Vielen Dank. Alles Gute für Sie in diesen schweren Zeiten. Und wir stehen zusammen mit Ihnen und Israel. Danke, Herr Hartle. Danke. Vielen Dank. Wir sind in diesen schweren Zeiten. Jetzt être mal.